Was ist denn das für ein Lärm da unten? Weißt du was? Den heutigen Vlog widmen wir ganz allein dir. Komm rein. Komm rein. Hallo. Hallo. Du kleiner Penner. Ich meine, ich liebe meine Katze ja. Flauschig, verschmust, hübsch, ruhig, aber die kann auch ganz anders. Ich meine, guckt euch mal an, was diese Katze macht. Eins, zwei, drei Totemäuse und eine Amsel, ein fucking Vogel. Die Katze hat einen fucking Vogel erlebt. Eine mene mischt das rabbel in der Kiste. Sie hat noch überlegt, welche Kuh ich an dem Hotel habe. Sie guckt in die falsche Richtung. Fries mal noch weiter. Alles klar, ich bin die langweiligste Katze der Welt. Schaut mal, was ich gerade entdeckt habe. Drüben auf dem Hotelparkplatz peikt ein Black Ops 2 Van. Ich habe zwar keine Ahnung, was der da zu suchen hat, aber cool auf jeden Fall. Ich habe zwar keine Ahnung, was der da zu suchen hat, was der da zu suchen hat. Ich habe zwar keine Ahnung, was der da zu suchen hat, was der da zu suchen hat. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 aber hat sich eine neue Familie gesucht, bei der sie die meiste Zeit verbringt. Schade ist, ich kann euch ein paar Archivaufnahmen von den Katzen zeigen. Die blende ich jetzt ein. Und ja, nur das Sternchen ist uns treu. Die blende ich jetzt ein. Die blende ich jetzt ein. Die blende ich jetzt ein. Okay. 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 Okay.